Hallo bei Musikmachen.de, Nikola hier von der NAMM Show 2013. Wir sind bei M-Audio. So, Eric. So, es gibt eine neue Software-Experience, die ihr Ideen von hier, von hier, zu hier, sehr schnell. Manchmal, wenn du eine Song oder eine Idee hast, bei der Zeit, die Software und die Mikrofon und die Keyboarden, du hast bereits die Inspiration. IGNITE ist zu verabschieden, dass das sehr schnell. Und mit einem Software-Instrumenten und einem neuen Workflow, lässt du eine Song schnell und schnell. Sehr effizient. Und wir sind sehr froh, über dieses Produkt. IGNITE in der M-Audio Axiom Air-Series. Danke, Eric. Danke.